Guck mal hier, so sieht meine Smart-Home-Oberfläche aus. Und so, und so, oder so. Also gar nicht mal so standardmäßig, wie man das sonst vielleicht gewohnt ist. Ich kann nämlich mit Home Assistant beliebig viele Dashboards für alle möglichen Anwendungsfälle und Geräte bauen. Also, Home Assistant ist ja ein Open-Source-Ersatz für Alexa, Apple oder Google Home, läuft einfach lokal auf einem Raspberry oder einem anderen Home-Server und kann quasi alle Smart-Home-Geräte in einem System zusammenarbeiten lassen. Was ich euch in diesem Video zeige, wie krass man das Ding auf eigene Wünsche anpassen kann. Ich kann mir selbst aussuchen, wie die Geräte und andere Dinge aus meinem Smart-Home angezeigt werden sollen. Bei Apple und Google gibt es da ja ziemlich wenig Anpassungsmöglichkeiten in den Apps und Home Assistant ist einfach das genaue Gegenteil. Ich kann hier wirklich alles anpassen, Dinge hinzufügen und mir so persönliche Dashboards bauen. Wo dann halt nicht nur Licht und Temperatur angezeigt werden, sondern auch, ob die Waschmaschine noch läuft, meine nächsten Termine, wann der Müll abgeholt wird, lokale Serverauslastung in meinem Heimnetzwerk, die nächsten U-Bahn-Abfahrtszeiten oder ob Post in meinem Briefkasten ist. Und das ist jetzt nur das Dashboard auf diesem alten Tablet, das bei mir an der Wand hängt. Auf anderen Geräten, die halt größere oder kleinere Displays haben, will ich ja vielleicht eine ganz andere Ansicht. Oder ihr wohnt nicht allein und möchtet für andere in eurem Smart-Home ein übersichtlicheres, einfacheres Dashboard bauen. Die Möglichkeiten sind quasi unendlich und mittlerweile ist es auch deutlich einfacher, Dashboards zu erstellen. Einfach per Drag & Drop statt mit langem YAML-Code. Wir schauen uns in diesem Video an, welche Vorteile Home Assistant Dashboards haben und wie ihr ganz einfach verschiedene Dashboards für alle Anwendungsfälle selbst bauen könnt. Inklusive Bahnabfahrten und andere nicht klassische Smart-Home-Sachen. Aber, kleine Warnung, wenn man mal damit angefangen hat, kommt man sehr schnell in ein Rabbit Hole. Aber am Ende habt ihr dann die für euch bestmöglichen Smart-Home-Controller. Also, bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internet-Surfer, herzlich willkommen hier bei... Home Assistant macht euch die Organisation von eurem smarten Zuhause deutlich einfacher. Wenn ihr aber mal von zu Hause aus irgendwo anders sein wollt, dann könnt ihr euch mit einem VPN einfach hintunneln. Das geht besonders gut mit NordVPN, dem Sponsor dieses Videos. Ihr könnt bei NordVPN zwischen vielen tausend Servern in 118 Ländern wählen. Und das Ganze könnt ihr mit einem Account auf bis zu 10 Geräten nutzen. Also auch mit Tunneln in unterschiedliche Länder zur gleichen Zeit. Obendrauf kriegt ihr noch den Bedrohungsschutz Pro, der bösartige Websites blockiert und auch vor Fake-Shops schützt. Das Ganze ist übrigens nicht einfach nur ein DNS-Filter. Und der Bedrohungsschutz kann auch ohne laufende VPN-Verbindung aktiviert werden. Probiert das Ganze doch einfach mal aus. Ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und auf nordvpn.com slash ct3003 kriegt ihr noch vier Bonus-Monate. Werbung Ende. Okay, erstmal vorab. Wenn ihr jetzt gerade denkt, klingt gut, aber was genau ist eigentlich Home Assistant? Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht. Also hier erkläre ich euch, was Home Assistant von Apple oder Google Home unterscheidet und welche Vorteile so eine Open-Source-Software hat. Wenn ihr das schon gesehen habt oder Home Assistant eh schon in eurem Netzwerk läuft, dann zeige ich euch jetzt, was ihr alles mit diesen Dashboards machen könnt. Das haben sich einige von euch auch unter dem letzten Video gewünscht und ich habe damals schon gesagt, diese Dashboards sind meine Lieblingsfunktion in Home Assistant. Und genau die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Eure Dashboards verwaltet ihr unter dem Menüpunkt Dashboards. Hier bekommt ihr alle Dashboards angezeigt und könnt hier unten ein neues hinzufügen. Ihr habt die Möglichkeit, eine Karte, Webseite oder ein Standard-Dashboard zu erstellen. Wir wollen uns ja selbst Dashboards designen, die mehr als nur eine Karte oder Webseite anzeigen. Deswegen gehen wir auf neues Dashboard. Bei dem neuen Dashboard könnt ihr dann hier bei diesem Stift Einstellungen vornehmen. Das Standard-Layout ist seit einigen Monaten Abschnitte bzw. im Englischen Sections. Das vorherige Standard-Layout hieß Kacheln und hat die entsprechenden Karten auf dem Dashboard einfach automatisch angeordnet. Wenn man es hier individueller haben wollte, musste man über den YAML-Code gehen. Im neuen Layout-Abschnitte funktioniert alles per Drag & Drop. Und das Gute, wenn ihr eure Dashboards vor der Umstellung auf das neue Layout-System erstellt habt, dann könnt ihr jetzt relativ einfach migrieren. Ihr wählt einfach in den Einstellungen Abschnitte aus und bekommt dann ein Duplikat, das euch die bestehenden Kacheln unter dem neuen Layout anzeigt, sodass ihr die einfach an die Stellen auf eurem Dashboard ziehen könnt, wo ihr die haben wollt. Wenn ihr ein neues Dashboard anlegt, dann wählt ihr am besten direkt Abschnitte aus. Dabei stellt ihr dann direkt noch die Maximalanzahl von einzelnen Abschnitten, die nebeneinander gezeigt werden sollen, ein. Je nachdem, wie breit euer Display ist, empfehlen sich da zwei bis vier Abschnitte. Bei einem Smartphone kann auch nur ein Abschnitt sinnvoll sein, aber wenn ein Dashboard mit vier Abschnitten zum Beispiel jetzt auf einem kleinen Display angezeigt wird, dann werden die einfach untereinander statt nebeneinander dargestellt und ich kann da durchscrollen. Und jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, die passenden Kacheln für die Entitäten, die man auf dem Dashboard haben möchte, auszuwählen. Um das ein bisschen anschaulicher zu machen, bauen wir jetzt zusammen nochmal mein Haupt-Dashboard nach. Das läuft auf meinem alten iPad, das zentral in der Wohnung an der Wand hängt. Bei dem 9,7 Zoll Display sind zwei Spalten im Querformat perfekt. Das Dashboard soll zum einen Licht, Heizung und noch so generelle Infos wie Wetter, Bahnabfahrten oder Müllabholung anzeigen. Und da das Dashboard ziemlich voll wird, sollen bestimmte Dinge nicht immer angezeigt werden. Auch das ist mittlerweile relativ einfach geworden. Bevor ihr euch jetzt selbst ans Dashboard designen macht, es gibt bei Home Assistant die Möglichkeit, Themes zu verwenden. Entweder generell für alle Dashboards oder einfach auch ein bestimmtes Theme nur für ein bestimmtes Dashboard. Und es gibt sehr, sehr viele Themes. Die bekommt ihr einfach über Hux, also den Community Store für Home Assistant. Und da kann ich mir neben Themes, die das Design des Dashboards insgesamt verändern, also zum Beispiel Apple-Ligger oder Google-Ligger machen, auch Dashboard-Cards installieren. Das sind vordesignte Kacheln, die wie hier zum Beispiel das Wetter schön darstellen. Ich habe mir hier ein paar von solchen Karten rausgesucht, die ich für mein Dashboard schön finde. Ja, und jetzt geht's los. Ich habe jetzt hier ein leeres Dashboard vor mir mit zwei Abschnitten und ihr seht schon, ich kann hier oben noch weitere Ansichten, also im Prinzip Tabs hinzufügen. Das hat den Vorteil, dass du mit einem Klick oder Wischen wechseln kannst, statt ein anderes Dashboard über die Seitenleiste aufzurufen. Für die meisten Dinge auf meinem Dashboard verwende ich Mushroom-Cards. Das ist eine Sammlung von verschiedenen Karten, die ich direkt im Dashboard hinzufügen kann. Falls ihr euch fragt, warum die Mushroom, also Pilz heißen, ich habe recherchiert und leider keine Erklärung dafür gefunden, vielleicht wisst ihr das ja. Also ich fange mal mit dem Licht an. Da gibt es diese Mushroom-Light-Karte, die ich ziemlich gut personalisieren kann. Als erstes wähle ich dann hier die Entität aus, in diesem Fall Schlafzimmerlampen, und kann dann hier einstellen, welche Informationen neben dem Namen angezeigt werden sollen, ob ich einen Schieberegler für die Helligkeit möchte und was beim Antippen, Festhalten oder Doppeltippen passieren soll. Also zum Beispiel Antippen heißt ein- oder ausschalten, Festhalten zeigt mir mehr Infos an und beim Doppeltipp startet eine Automation, die das entsprechende Licht in den nächsten 20 Minuten langsam auf 1% dimmt. Ich will aber nur Geräte sehen, die auch angeschaltet sind. Dafür klicke ich hier auf Bedingungen und wähle hier eben unter Sichtbarkeit aus, wann die Lampen angezeigt werden sollen. Die Funktion könnt ihr auch verwenden, um ein Dashboard auf mehreren Geräten zu verwenden, weil bestimmte große Kacheln nur auf Desktops angezeigt werden sollen und nicht am Smartphone. Oder ihr macht Inhalte nur für bestimmte Nutzer sichtbar. Diese Mushroom-Karts habe ich auch für meine Heizungssteuerung, da sieht das alles relativ ähnlich aus. Wenn ihr jetzt so wie ich einige Lampen und Thermostate habt, dann könnt ihr die einfach duplizieren, anpassen und das eben so oft wiederholen, bis ihr alle in eurem Dashboard eingebunden habt. Als nächstes möchte ich die nächsten Müllabfuhrtermine angezeigt bekommen. Dazu habe ich mir die einzelnen Termine für das Jahr 2025 direkt bei meinem örtlichen Müllentsorgungsunternehmen als Kalender-Download geholt, das dann in einen Google-Kalender gepackt und dann hier über die Trash-Card aus Hax einfach aufs Dashboard gelegt. Falls bei euch auch diese Fehlermeldung kommt, müsst ihr nur die Anzahl an Tagen in der Zukunft hier erhöhen und schon werden euch die einzelnen Abfallarten aufgelistet mit dem nächsten Abholtermin. Bei Vorlagen solltet ihr noch die Müllarten, die bei euch abgeholt werden, abändern und hier bei Mustererkennung den genauen Namen aus dem Kalender, zum Beispiel Leichtverpackungen, eintragen. Dadurch bekommen die Karten dann entsprechend die Farben, die ihr für die Müllart eingestellt habt und bei Ereigniszeitpunkt Anzeigen als habe ich Tage bis ausgewählt statt dem Datum. Das Einbinden von den nächsten U-Bahn-Abfahrten ist ohne Erweiterung möglich. Ihr könnt einfach auf dieser Seite, Link ist natürlich in der Beschreibung, einen persönlichen Abfahrplan für eure Wunschstation erstellen und dann einfach den Link in eine Webseitekarte kopieren. Da müsst ihr dann nur die Höhe unter Layout einstellen. Ich habe hier vier ausgewählt, dadurch nimmt die Karte nicht so viel Platz weg, zeigt die nächsten drei Abfahrten und ich kann in der Karte nach unten scrollen, um spätere Abfahrten zu sehen. Gut, neben diesen Dingen, die ich jetzt auf meinem Dashboard hier habe, gibt es noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Ich kann mir zum Beispiel eine Kachel mit Warnmeldungen von Nina anlegen. Oder ihr wollt den Stundenplan von euren Kindern oder das Kantinenessen auf dem Dashboard anzeigen. Oder die Auslastung von eurem Heimserver. Geht alles, ist aber alles etwas frickelig, weil ihr dafür zum Beispiel Webseiten scrappen müsst. Bei Heise Online haben wir viele Beispiele mit Praxisanleitungen, wo Schritt für Schritt erklärt wird, wie ihr zum Beispiel die Daten von einem Speiseplan extrahieren könnt und auf euer Dashboard bekommt. Wir verlinken euch in der Beschreibung alle Artikel mit den Praxisbeispielen. Ja, und so sieht es dann aus, wenn es an der Wand hängt. Neben diesem Dashboard habe ich noch drei andere, die wirklich produktiv im Einsatz sind. Einmal mein Steuer-Dashboard am Smartphone. Da war es mir vor allem wichtig, dass es super übersichtlich ist und ich genauso schnell wie per Sprachbefehl Licht und Heizung steuern kann. Und ich habe mir mein Haupt-Dashboard dupliziert und einfach noch zwei Reihen hinzugefügt und schon sieht das auch auf einem großen PC-Monitor ordentlich aus. Ach ja, und eine Gästefernbedienung habe ich noch. Da ist der Vorteil, dass ihr bei Home Assistant einfach weitere Benutzer hinzufügen könnt. Einen Benutzer habe ich Gast genannt, die wenigsten Rechte zugeteilt und dann einfach mit den Login-Daten auf einem alten Android-Smartphone angemeldet. Natürlich kannst du auch einen extra Account für Leute machen, die öfter bei dir sind und sich über ihr eigenes Smartphone einloggen wollen. Und dann sieht der Gast halt wirklich nur die Geräte, die ich ihm auf die Gästefernbedienung gelegt habe. Also die Heizung im Gästezimmer und bestimmte Lichter. Aber zum Beispiel nicht das Licht in meinem Schlafzimmer. So eine genaue Beschränkung auf einzelne Geräte in eurem Smartphone kriegt ihr mit den Systemen von Google oder Apple nicht. Also bei Google noch am ehesten über Raumgruppierungen, aber auch nur für maximal sechs Personen und nicht für bestimmte Geräte. Ja, und bei Apple geht das Einladen von Gästen in der Home-App nur für Sicherheitssysteme wie smarte Türschlösser oder Alarmanlagen. Lichtsteuerung oder Heizung, da sind Gäste bei Apple komplett außen vor. Also auch da ist Home Assistant viel umfangreicher und personalisierbarer, was den Zugriff von Gästen betrifft. Mein Fazit. Ich kann eigentlich nur mein Fazit aus dem letzten Home Assistant Video wiederholen. Also Home Assistant ist für mich nach wie vor die beste Alternative zu den großen Plattformen wie Apple, Google oder Alexa. Was mir in den letzten Monaten vor allem im Vergleich zu Apple oder Google Home aufgefallen ist, seit ich Home Assistant wirklich richtig eingerichtet habe, brauche ich viel seltener Dashboards zum Steuern. Also das Licht und die Heizung funktionieren in weiten Teilen schon automatisiert. Einfach auf Grundlage von Kalendereinträgen, Außen- und Innentemperatur und natürlich Anwesenheitserkennung. Und das ist ja eigentlich auch das, worum es irgendwie bei Smart Home geht. Also nicht nur ein, ich benutze jetzt mein Smartphone statt einem Lichtschalter, sondern mein Smart Home checkt, wann das Licht ein- und wann aus sein sollte. Das heißt aber auch, dass ich jetzt rein für Steuerelemente kein Tablet an die Wand hängen müsste. Aber die Dashboards von Home Assistant können eben mehr als reine Steuerung und sie sind eben sehr, sehr personalisierbar. Für mich ist zum Beispiel relevant, wann die nächsten U-Bahnen abfahren, für andere vielleicht eher der Ladestand von ihrem Elektroauto. Wie ist das bei euch? Habt ihr mehrere Dashboards für alles Mögliche oder versucht ihr eher alles in eines zu packen? Und was habt ihr da eigentlich draufgelegt? Schreibt es gern mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gern ein Abo da und drückt den Daumen nach oben. Tschüss!